Norbert Aust ist als Präses der Handelskammer Hamburg wiedergewählt worden. Am Donnerstag erhielt Aust als einziger Kandidat 43 von 47 Stimmen und tritt damit seine zweite Amtszeit als Präses an. Aust freue sich, die erfolgreiche Arbeit der letzten vier Jahre fortzuführen, obgleich die Herausforderungen der Wirtschaft groß seien. Ziel sei es, Hamburg weiter als wirtschaftlichen Standort zu festigen und ihn sowohl nachhaltig als auch zugleich wettbewerbsfähig zu gestalten.